Was geht auf Pyros und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Heute haben wir hier verschiedenste Dumbum, Dumbum Mini, Dumbum in F3, Moment, hier Kategorie F3, dann haben wir hier Dumbum in der Kategorie P1, Dumbum Black Power und Dumbum Single Shots. Ich würde sagen, wir packen uns jetzt mal so ein paar raus und dann vergleichen wir gleich mal die ganzen verschiedenen Dumbum Böller hier. Viel Spaß. So, dann vergleichen wir die Knallers jetzt mal. Dann tun wir mit den Petarden. So, jetzt sind wir ein paar mehr mit eingepackt. Ich muss jetzt mal hier gerade rausschicken, wenn wir den überhaupt finden. Ja, da ist noch einer. Ja, da ist mickrig. So, dann haben wir jetzt Dumbum Mini. Ja, schon besser. Jetzt den nächsten. Jetzt machen wir jetzt noch einen. So, dann haben wir hier die anderen Dumbums. Einmal die älteren und einmal die etwas neueren. Jetzt machen wir erstmal die mit der grünen Visco. Ich glaube, die müssten mehr haben. Jetzt waren die in der P1 Version. Obwohl, dann haben sie weniger. Ja, da war gut. So, dann haben wir hier noch die mit der pinken Zinschnur F3 Version. Die Lunte irritiert mich echt hart. Die sind aber deutlich leiser. Auf jeden Fall. Und den letzten davon. So, und zu guter Letzt. Dummbum. Äh, Dummbum. Single Shot. Ich glaube, die werden jetzt nochmal richtig reinhauen. So. Nummer 1. Ordentlich. So. Und den letzten davon. Nummer 2. Jawohl. Jawohl. Eindeutiger Gewinner in dem kleinen Dummbum-Vergleich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Pyros. Haut rein. Und das. Ich kann mich nicht so.